Oh Junge, ich soll Forrest Blackwell für Winnie ausrauben. Ich treffe mich dann wohl besser mal mit Moe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Wir sind jetzt mit Moe, wo wir auch eigentlich schon die letzte Folge in Gefahr sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey Chase! Ich hatte mir den Tunnel echt schicker vorgestellt, so reich wie Blackwell ist. Der ist ja schließlich auch noch nicht fertig. Nach dem Skandal hat Blackwell das Interesse am Bauen verloren. Ach ja? Was war da eigentlich los? Bitte? Hast du die letzten Jahre in einer Höhle gelebt? So ähnlich. Blackwell wollte diese riesige Wohnsiedlung inklusive Einkaufszentrum oben im Bluebell Nationalpark bauen. Aber dann hat dort jemand eine seltene Eichhörnchenart entdeckt und aus war der Traum. Zu dem Zeitpunkt hatte er aber schon Milliarden in den Bau der Blackwell-Brücke investiert. Das muss ihn ziemlich getroffen haben. Oh ja. Er war alles andere als begeistert und hat gesagt, er würde nie wieder bauen. So, jetzt sind wir lieber still. Ich warte hier und lasse den Motor laufen. Du gehst hoch, sackst das Zeug ein und kommst zurück. Okay. Dann wollen wir das mal holen. Das Zeug. Das ist auch kein Problem. Bis jetzt, aber disso kommt. Stefan! Rapp sauer die Träger. Da sind nicht stoer. hier ist das sonderbar ruhig vielleicht sind blackwalls sicherheitsleute im urlaub vielleicht auch nicht hier hier Ich habe ihn mit ihm geholfen, aber ich habe ihn mit ihm geholfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Gut. Das war's für heute. 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 Jetzt geht's los. Wache 2, ihm nach. Los, los, los. Folter, hinterher. Ich würde sagen, wir sehen beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zu meinem Kanal, rechts sind weitere Videos verlinkt. Alles gerne ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.